Ja gut, das kann schon sein. Gut, das Tier hätte mich eventuell umbringen können. Also habe ich es umgebracht. Sorry an alle Tierschützer, aber es musste sein. Mein Leben ist mir lieber als das Leben dieses Tieres. So, hier ist der Auspust. Es kann natürlich argumentieren, es ist nur ein virtuelles Leben, also meins sitzt. Deswegen dürfte ich das Tier umbringen, aber da muss ich jetzt dann doch leider dagegen halten. Das Tier ist auch noch virtuell. Mag jetzt einige erschrecken, aber ist tatsächlich so. Kommt man da hoch? Ah ja, man kommt hoch. Sehr praktisch. Okay, ja, wir sind da. Na komm, ich lasse dich mal schreddern, ich gucke zu. Alter. Was ist das? Wo kommt der Nächste? Ich mache mal gar nichts. Ich wollte auf jeden Fall Verstärkung, weil ich will noch einen Helikopter damit abschießen. Das macht bestimmt Spaß. Ja gut, der Alarm ist schon... Da kommen noch zwei hoch, die Treppe. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin vor allem tot, wenn ich den Wilkenshut verwende und gegen den Felsen renne. Oh nein, jetzt haben sie mich entdeckt. Ja. Das will ich doch gar nicht. Oh. Wie waren da noch nicht so viele, wo ich war? Was hat die bessere Position gerade? Ja, da war so viele und ich habe halt zugeschaut. Das war irgendwie unten. Machen wir nochmal. Ja. Ich habe aber nicht allzu viele Zweifel, dass wir das nicht schaffen könnten mit dieser Waffe. So. Ne, aber wie gesagt, ich werde da auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir den Alarm auslösen, denn ich möchte ja noch einen Helikopter abschießen. Hoffen wir mal, dass einer kommt. Ja, bestimmt. Aha. Guten Tag. Wie sind die denn immer? Du wolltest um Vierfallte. Ja, das ist schon mal gut. Hier sind noch drei Alarme, also... Ah ja, gut. Der hat gerade... Mhm. Huch. Verdammt. Nein, man ist halt leider doch nicht unbesiegbar. Hauptsache, ich mache mit meinem Minigranatwärfe erstmal Multikill. So. Guten Tag, falls du mich zufällig heilen willst, dann kann ich den Helikopter schneller... Wenn einer kommt. Ja, jetzt kommt die verstärkt... Auf der Eins... Ne, auf der Vier war meine Megawaffe. Auf der Eins ist jetzt die Bull, die will ich jetzt nicht unbedingt. Nicht? Ne, es gibt da gewisse Alternativen, die ich jetzt vielleicht doch lieber hätte. So, komm schon, irgendein Helikopter, Leute. Enttäuscht mich nicht. Wobei die ist halt nicht schallgedämpft, ne? Ja, stimmt schon. Also die Bull ist schon deutlich besser. Hilder. Hilder. Sniper ist nicht gut für mich. Oh, jetzt bin ich ja runtergestürzt. Aua, dieser verdammte Sniper. Ein Schuss von dem Sniper und mein ganzes Leben ist weg. Das ist blöd, ja. Oh, jetzt hab ich mit der Bull geschossen. War aber auch wirkungsvoll, glücklicherweise. Oh, guck mal, da kommen Autos runtergefahren. Oh, mehrere Autos. Aua. Die werfen Granaten nach mir. So, ich seh die immer noch nicht. Ah, da vorne war einer. Aber den hab ich nicht mehr erwischt. Alter. Ah, die Waffe ist schon recht krass. Ah, sehr gut. Das wollte ich hören. Wo seid ihr denn? Zeigt euch mal. Ja, da hilft Mr. Helikopter. Oh, ja. War, war, würde ich eher sagen. Mein Leben war zwar leider auch, aber... Muss ich dich überretten hier. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann dich auf dem Ding nicht retten. Du bist da... Ja. Die Waffe gibt mir irgendwie trotzdem nicht so wirklich Glück, würde ich mal sagen. Nee, äh... Ich glaube, ich fühle mich zu OP und gehe dann zu offensiv rein. Naja. War's das? Nee. Einer fehlt noch. Ah, jetzt. Okay. Das war's jetzt. So, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. So ein bisschen Master. Aber... Ja, das ist auch noch. Aber ja, einer fehlt tatsächlich noch. Okay. Und Propaganda. Ich... Ah ja. Ist es eigentlich... Propaganda. Ich muss Propaganda. Ach so. Okay. Ich kann das Ding... Alter. Aber wie viel Schuss hat man mit dieser Scheißwaffe? Nee, aber auch um, äh... Hier Helikoptern so. Perfekt geeignet für alles. Ja, aber es ist wirklich... Äh... Krasse Waffe. AMR habe ich jetzt auch freigeschalten. Okay. Aber was brauche ich noch? Eine andere Waffe, wenn ich die habe. Die Buzzsaw. Äh... Ja. Gut. Mehr brauche ich nicht. Dann... Sag, wenn du bereit bist für Master. Äh... Ja, warte. So. Chrono-Melee ist auch kein Wunder, dass er hier nochmal so einen Highscore hat. Denn... Der Typ hat es halt einfach drauf. Und, ähm... Ist auch gar keine Frage. Ja, komm, die Waffe ist zu OP. Wir... Ich... Ich guck mal kurz, was ich... Ja, ich bin auch am überlegen. Vielleicht wieder mit der Bull durchzugehen oder so. Gucken wir mal. Äh... Was sind die schlechtsten Waffen, die man haben kann? Äh, lass mal gucken. Wir rüsten uns einfach mal komplett scheiße. aus. Also, alles scheiße. Und wir dürfen alles verwenden. Okay. Komm ich auch mal rein. Was schlägt ihr da so vor? Also, als Sekund... Äh, als Seitenwaffe... Die Leuchtpistole. Okay, die ist geil. Wie heißt die? Leuchtpistole. Flare Gun. Ja, ja. Ja, Flare Gun. Sidearms only. Ja. Genau. So. Mit der wollte ich hier schon mal kämpfen. Das ist schon mal geil. Äh, guck mal was. Das ist die Frage. Was ist denn jetzt scheiße eigentlich? Ja, das ist echt die Frage. Uch, die Waffe kenne ich gar nicht. Die muss ich mal testen. Wie hießen deine komische Schrotgedöns von vorhin? Ja, das ist aber auch eine Seitenwaffe, die D2. Aber die kann man ja auch als Vollwaffe nutzen. Kann man? Ja. Ach, das geht. Ja, ja. Warte, ich... Ah, okay, nee, die Waffe... Äh, die sah cool aus, ist aber nicht so cool. Oh, ich glaube, die heißen ja echt alle... Warum heißen ja die Waffen anders? Seltsam. Warum heißt denn das eigentlich auch ringendisch? Habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden und naja. Ähm, ich nehme mal die F1, weil F1 ist ja... Die D2, dass es diese doppelläufige Seitenwaffe da, genau. Also ich nehme die F1, ich weiß nicht, wie die bei dir heißt. Äh, ah ja, warte doch, die F1 habe ich, glaube ich, auch. Die sieht nämlich auch... Ich weiß nicht, wie gut die ist, aber... F1 ist ja die Taste für Hilfe. Na, und da denke ich, wenn man die nutzt, dann braucht man halt Hilfe. Aber die ist, glaube ich, gar nicht so übel, oder? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Die MS-16 ist, glaube ich, ganz scheiße noch. Ah, dann nehme ich die auch noch. Okay. Ich teste die mal. Und was noch, was noch? Eine fehlt mir noch. Warte, warte, warte. Die MS-16, die muss ich jetzt mal testen. Ah, die ist scheiße, MS-16 da. Ja, test doch die F1. Ah, D2 habe ich auch. Okay, dann nutzen wir noch die D2. Das kenne ich. Ja, ja, die D2 habe ich auch drauf. Okay, da haben wir vier, ne? Aber die F1, die ist, glaube ich, ganz gut. Ja, kann schon sein. Äh... Wie, gibt es hier eigentlich ein Waffenrad? Ja, ja, Q gedrückt halt. Ah, Q, okay. D2, MS-16, F1. Ich nehme noch den Sixer. Statt, äh, deine F1. Weil die F1 ist mir zu gut. Ja, ich glaube auch. Die sieht, ich habe die gerade mal getestet. Ich glaube, die macht echt Wumms. Das darf nicht hin. Also, wo findet man den Sixer? Also, ich habe die auch schon gespielt. Bei einzigartiges. Das ist nur ein Revolver. Äh, warte, warte, warte. Ah, ja, 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 ja. Das sieht... Der ist richtig grottig. Aber er ist legendär, also, von dem her. Ja, ja. Das ist besonders, äh, ja. Kannst du mal gucken, was für eine Schuss-Trick hat es und so. Unglaublich. Achtung, ich schieße mal auf dich. Okay, ich glaube, das ist gut ausgestattet. Dann mache ich mal den Meister jetzt. Ja, ja. Gerade eben mit den Mega-OP-Waffen und jetzt sowas. Ha! Wahrscheinlich werde ich weniger oft sterben. Naja, also hier, warte mal. Was haben wir denn hier? Den Sixer, den D2, die ist scheiße. Die MS-Dinge. Ich glaube, die MS-16, das ist noch die beste Waffe. Warte. Flare Gun. Kann man mit der auch richtig kämpfen, oder? Ich glaube, man kann ihn brandsetzen. Ja, das würde ich mich gerne mal testen. Oh, da. Äh, ach, die fliegt ein bisschen runter. Das ist natürlich unpraktisch. Ja, man muss so ein bisschen höher. Ja! Ja, 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 ich habe einen. Ich habe einen mit der Flare Gun. Geil. Weiß und schrot. Naja, wir wurden halt schon entdeckt. Aber ich habe einen mit der Flare Gun. Das Problem ist, wie schalten wir den aus? Den Helikopter? Vielleicht mit der Flare Gun. Nee, der scheiß Sniper hat mich erwischt. Ah, warte. Nee, der zeigt nur seinen Kopf. Ah, scheiße. Ja, ich sehe das Problem. Ist nicht gut, nicht gut. Ja, das ist blöd. Da vorne kommt der Sniper. Ich versuche ihn noch zu erwischen, aber er rennt zu stark. Ah, ich habe es auch nicht geschafft. Schade. Fail. Okay, müssen wir nochmal probieren. Wir dürfen den Erlaben nicht so früh an. Ja, ja. Äh, restart. So. Ja, aber wir dürfen keine Takedowns. Das wäre zu cheat. Ja, Takedown ist wirklich zu cheat. Also, äh, die Fetten, die müssen wir schon normal killen, ohne Takedown. Ja, ja. Aber jetzt vielleicht nicht gleich am Anfang, die flergernst. Ach, du meinst, die machen auf sich aufmerksam? Ja, ich glaube. Könnte sein. Ich weiß es gar nicht. Ich benutze jetzt mal hier die MS-16, um den Sniper hier zu holen. Mal gucken. Ah, ich drücke immer das Falsche. Oh, jetzt habe ich mir irgendeine Spritze verpasst. Das war bestimmt ganz dumm. Oh, Alter. Ich glaube, ich nehme die Sixer. Mit den Dreikopfschüssen hat man den auch schon, mit der Waffe. Okay, aber die sind ja nicht schlecht. Weiß nicht, die sind ein bisschen zu cheatig. Du wurdest irgendwie schon entdeckt, glaube ich. Oder ich wurde entdeckt, das kann auch sein. Jetzt wurde ich entdeckt. Ah, da oben, von dem da. Ah, der bewegt sich ein bisschen arg schnell. Alter, sogar so ein Blitzttyp. Was? Ich bin einfach tot. Nein, die haben die Granatwerfer. Ach, du Scheiße. Mit den Waffen, Alter. Ja, wir haben voll die Chance. Also, das wird echt nicht einfach. Alter, das wird echt cool. Ich weiß noch gar nicht, mit welcher Waffe ich überhaupt... Guck mal, die MS-16 hier. Die ist noch besser als die Sixer, die ich da gerade hatte. Alter, guck dir das an. Ich brauche irgendwie... Okay, ich spawne wieder. Ich bin wieder da. Ich bin wieder voll dabei. Ich nicht. Ich bin fast tot. Alter, wie die verzieht. Bist du nicht euer Ernst? Aber auch die MS-16 ist richtig kacke. Warte mal, da hieb ich... Hä? Okay, ich hab... Alter, ich hab... Nicht mal den. Alter. Der kann man nichts machen. Ah doch. Natürlich. Wow. Au. Scheiße, ich bin tot. Ja, ich irgendwie auch. Und das macht gerade sehr komisch. Okay, nochmal. Ich nehme jetzt nicht die Sixer, glaube ich. Die hat... War ich nicht so überzeugend. Die MS-16 ist auch nicht gerade geil. Der muss auch mal spielen. Ja, die mache ich jetzt. Dann spiel du mal mit der Sixer. Ja, die... Ich probiere jetzt mal die Sixer, aber... Die MS-16 ist auch richtig der Rotz, also. Ah, aber schon irgendwie lustig. Oh, wobei die Sixers gut mit einem Kopfschuss hat mich schon tot. Nee, ich hab eben den Kopfschuss geschafft, weil die sie verzogen hat. Alter, das bist du in der Waffe? Alter, die Sixer ist ja noch umschissbar. Ja, eben. Wow, aber du bist auch schon tot. Schade. Ich weiß gar nicht, warum wir so schnell sterben. Mich kannst du nicht erklären. Alter. Was ist denn für beschissene Waffen? Ich hab mittlerweile das Gefühl, der Flergang ist die Beste. Ja, hab ich auch das Gefühl. Ach du Scheiß, Alter. Ich hab jetzt echt wieder Flergang. Wie viel Schuss hat die? Ah, er hat auch noch zwölf Schuss. Das ist ein bisschen blöd. Das Blöde ist, man muss so weit hoch aimen und man weiß nicht, wie hoch. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber ich hab einen schon mal. Ich wurde dabei entdeckt. Das ist irgendwie unfaktisch. Ja. Ich pack hier irgendwo... Ah, hier. Warte mal, ich nehm die D2 raus, komm. Mit der kann man wenigstens ein bisschen was reißen. Auf Nahkampf-Ebene. Oh, ich hab gerade echt mit der Flergang. Wie schießt du gerade mit der Flergang? Alter, die Flergang ist richtig geil. Okay, warte. Ich muss mal heilen. Ah, verdammt. Man muss halt auch treffen. Aber mit der D2 geht's eigentlich. Auf Nahkampf kann man damit einen ausschalten. Leuchtpistole, einen Schuss. Ja gut, bei der Schmutz... So, ich spawn mal bei dir. Achtung, jetzt nicht sterben, sonst... Ist das so? Ja. Die D2 geht eigentlich. Na ja, gut, auf die Reichweite. Ja, ich hab dieses Ganze, ganz, ganz vergessen. So, warte zehn Sekunden bitte noch durchhalten. Ich probier's, weil ich flere gar nicht. Fünf noch. Ja, die ist echt gut. Aber ich hab leider nicht mehr arg viel Schuss. So, ich bin da. Oh, zwei Sniper. Ah, okay. Das ist nicht unfragisch, kaum. Achtung! Scheiße! Ah! Flare Gun! Guck, beide brennen. Das ist einfach geil. Okay. Ich hab aber nur noch zwei Schuss in der Flare Gun. D2 kann ich auch empfehlen. Die ist gar nicht so übel. Okay, ja, ich... Schwenk mal um auf diese komische... Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ach, du Scheiße, das sind da viele. Was will ich denn? Ah, okay. Machen wir den Sniper, den tu ich mir da Sticks da rausholen. Okay. Ah, ich hab ihn auch. Oh, jetzt kam auch einer von hinten, glaub ich. Ja. Ah, verdammt. Warte. Ich hab noch eine andere Waffe hierfür. Ich sitze das echt nicht geil. Ah, ja. Sehr gut. Nein! Ah, verdammt. Verdammt, wir waren gar nicht so schlecht. Ich hab noch nie. 그거 nicht staats alcohol. Ich hab noch... ja. Vielen Dank.